Wie ein skandalträchtiger Ort wirkt das altehrwürdige Schwimmbad Piscine Molitor in Paris nicht gerade. Doch vor 69 Jahren ereignet sich hier eine waschechte Moderevolution. Wenige Tage nach einem US-Atomtest auf dem Bikini-Atoll präsentiert der Franzose Louis Rear hier 1946 einen zweiteiligen Badeanzug für Frauen. Sein Werbespruch, der Bikini, eine anatomische Bombe. Weil sich damals kein Model traut, den Bikini anzuziehen, engagiert Rear eine 19-jährige Nackttänzerin. Die Vorstellung des Bikini war eine Riesensache, weil zum ersten Mal etwas gezeigt wurde, was vorher immer versteckt gewesen war. Der weibliche Bauchnabel. Das war eine wirkliche Revolution. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Auf Druck der Kirche wurde der Verkauf des freizügigen Kleidungsstücks in vielen Ländern Europas verboten. 69 Jahre später erinnert eine historische Modenschau in dem Schwimmbad an die Geschichte des Bikinis. Auch den von Bond-Girl Ursula Andres aus Dr. No. Inzwischen hat der Bikini seinen Platz in der Modewelt gefunden, ohne dass sich jemand daran stößt, zumindest in Europa. Doch wo geht der Trend in Zukunft hin? Die Badebekleidung im Jahr 2016 wird sportlich sein, auch von der Machart. Es wird viel Asymmetrisches geben, also zum Beispiel eine unbedeckte Schulter. Das gilt für Einteiler und Bikinis. Asymmetrie wird der letzte Schrei im nächsten Jahr. Erfinder Real erhielt übrigens rund 50.000 Briefe von Fans, die meisten von Männern.